Ich bin Andrew, ich war lange Zeit arbeitslos. Ich komme aus Südafrika, ich lebe jetzt fast drei Jahre in Österreich. Südafrika ist ganz gefährlich, viele Kriminalität. Meine Frau hat einen guten Job in der nächsten Zahl bekommen und dann ist sie hier gekommen. Ich war Verkaufsleiter, sehr gut Verkaufsleiter in Südafrika. Ich kann keinen Job in meinem Beruf bekommen, weil ich kein Deutsch sprechen kann. Jeden Tag, wenn du fünf Bewerber machst und gar nichts zurückbekommst, du gehst unten, 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 unten. Ich habe in der Kalle Tischlerei alte Mobile neu gemacht. Jeden Tag habe ich Deutsch gesprochen und auch gelernt. Ich war sehr stolz auf mich. Ich arbeite bei DL, Paketdienst. Ich mache die ganze Bregenzwald. Und jede Arbeit ist gut. Das ist besser, als wenn du zu Hause sitzt und nichts machen. Das ist nur nichts gut. Ich war lange Zeit arbeitslos. Das fühlt sich so an, als du aus der Gesellschaft herausgefallen bist. Looking will es dir sagen!